Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Retro-Diensttag und diesmal gibt es eins der ältesten Spiele überhaupt. Es gibt Super Mario und... Achso, ja, ich wollte gerade sagen, hey, warum bewegt er sich von selber? Und wir spielen jetzt einfach mal und... Ton, ja. Haha, komm her, du böser, böser Wicht. Endlich mal ein Spiel, was mich nicht direkt ausrüsten lässt. Ich hab gerade eben, ähm, eigentlich sollte es ja heute wieder ein Zelda geben, aber ich bin da einfach geragequittet. Hab das angefangen aufzunehmen und bin ausgerastet. Sagen wir einfach, weil ich zu schlecht bin. Fangt mich, ich bin so fett, fangt mich. Deswegen gibt es mal ein schönes Spiel, was ich wenigstens ein bisschen kann. Ja, ja, oh ja, Feuerflume. Oh ja. Ah, mit der Taste, okay. Nee. Oh, war das knapp. Hey. Komm, ich doch hoch. Ja. Ach, dieses... Das ist immer noch so schwammig mit der Steuerung. Hey, hey, fang. Bam. Ich bin einfach... Leute, bei Super Mario bin ich einfach gut. Außer wenn ich die Steuer... Wenn der Controller ein bisschen schwammig die Steuerung übergibt. Ja, noch eine Feuerblume. Ah, so kann ich zwei machen, okay. Ich bin einfach der Beste, Leute. Können dir einfach nichts läutnen. Ah, zack. Zack, 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 zack. Ich schnitzel sie alle weg. Okay, das erste Level, das hat wohl, glaube ich, jeder geschafft. Ja, ich bin gut. Ah, 7.000 Punkte. Wenn ihr spiel... Oh, nee, ich hab noch mehr. 15.300. Wenn ihr das Spiel auch gespielt habt oder spielt gerade oder auch nochmal anfangen zu spielen, schreibt doch mal eure Punktzahl nach der ersten Welt rein. Das wird mich mal interessieren. Oh, ja. Ich geh in einen Tunnel. Oh, ja. Ich mag diesen Soundtrack irgendwie mega. Und holen wir uns hier nochmal die Feuerblume für mehr Money. Because more money, more problems. Nein. Oh, nö, meine Feuerblume. Ach, fuck. Nein. Noch zwei Leben, Leute. Sämtliche Vorausplanung ist das hier nur. Ja, ich möchte dich haben. Boah, war das knapp. Einfach so. Scheiße, scheiße. Und geschafft. Den lasse ich jetzt mal aus. Kommt. Ja, kommt, Leute. Bam. Weck geschnitzelt. Warte, kann ich nur... Oh, nee, das geht nicht. Bam. Ähm. Ich kann ja mit meinem Kopf Wände zerstören. Ähm. Da kam ich aber drauf. Und dann hol ich mir die hier. Und. Hallo. Nein, falsche Richtung. False direction. Kann ich... Kann ich hier... Kann ich... Äh. Da muss ich eben hier irgendwie... Aufmachen. Ich hab mir einfach meinen eigenen Weg gemacht. Fuck the rules. Fuck. Nein. Okay, doch nicht. Fuck the rules. Huh. Ha, ja. Geil. Nee, der will nicht. Äh. Äh. Brauche ich mal wieder einen... Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Okay, ich bin doch nicht so der Pro. Der Pro. Ähm. Aber ich will einfach nur nicht so gut sein, damit ihr nicht Angst habt, das auch zu spielen. Ähm. Das war natürlich geplant. Und ich wollte das Spiel spielen, damit ich nicht ausraste. Komisch. Ähm. Naja, spielen wir einfach nochmal. Von Anfang an. Oder ich cutte. Und wir sehen uns gleich, wenn ich wieder bei der zweiten Welt will. Ist gleich. Und da sind wir wieder in der zweiten Ebene. Und immer noch mit meinem schönen Feueranzug. Ähm. Die erste Ebene ging jetzt relativ einfach. Ich glaube, ich hab weniger Punkte als vorher. Aber wenigstens bin ich jetzt wieder hier. Und jetzt kann ich... Jetzt kann ich mit meinem Feueranzug wieder Chaos stiften. Äh, Chaos sorgen. Ähm. Shut the fuck up. Dann geh ich da eben nicht rein. Nö. Einfach nein. Ähm. Hier kann ich mir jetzt wieder meinen eigenen Weg nach oben schaffen. Und hoch. Hoch mit dir, mein Schatz. Ja. Ja. Und da sind wieder alle Gegner tot. Gegner. So. Und da hoch. Hier wieder runter. Und... Seht ihr, Leute? Ich werd immer besser. Zack. Zack. Ha. Feuerblume. Da wär sie gewesen, Leute. Hier... Bis hier hätte ich's nur schaffen müssen. Ähm. Hier am besten mal hoch. Hier hoch. Bam, 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 bam. Kann ich die... Äh. Neee. Neee. Ha. Ha. Das war vielleicht knapp. Bam, 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 bam. Ihr kriegt mich nicht. Ihr faggots. Boah, war das knapp. Holy crap. That was pretty close. Neee. Und wir kommen hoch. Ha, ja. So geil. Mario ist so geil. Ich liebe das Spiel einfach. Und da sind wir fertig mit dieser Welt. Seht ihr, Leute, wie schnell ich das einfach schaffe. Ich bin einfach der Pro. Ha. Mario werde ich jetzt doch vielleicht ein bisschen länger spielen. Weil ich liebe Mario einfach. Das ist einfach toll. Das ist so ziemlich... Das Oldschooligste, was es gibt an Retro-Spielen. Ich mein... Wer kennt nicht Mario? Okay, Legends of Zelda kennen auch so ziemlich alle. Oder Mega Man. Das kennt... Also, ich glaub, das kennen alle. Da hab ich grad... Oh, nein. Nein, da bin ich nicht weggerutscht. Das kennen, glaub ich, auch alle. Aber ich glaub... Mario, das kennt wirklich... Wirklich jeder. Ich glaub, das kennen sogar alte Omas im Park. Weil ich mein... Das hat ne Zeit lang... Also, früher war das ja so... Das Game. Würde ich mal sagen. Das tolle Game. Das alle gespielt haben. Leute. Ich bin einfach der Schlechteste. Der Schlechteste Spiel auf dem ganzen Planeten. Ich wollte eben eigentlich nur angeben. Aber es hat nicht geklappt. Zack, rüber. Zack. Zack. Ich bin groß. Ich will groß sein. Gerade noch so geschafft. Was verwirkt sich denn hier hinter? Ja, ich bin wieder groß, Leute. Oh ja. Ich kann bis nach unten. Jetzt wieder hoch. Nein. Nein. Ja. Noch geschafft. Ja. Nein. Nein. Okay. Das war wieder schlimm. Ich spiel wieder bis zur dritten Welt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Da sind wir wieder in der dritten Welt. Endlich. Ich bin... Ich hab bestimmt zehn Versuche gebraucht. Ähm. Das war ziemlich anstrengend. Also lass bitte ein Like da. Boah. Äh. Zack. Nein. Boah. Holy shit. Hö. Hoch und zieh runter. Ja, komm. Ich möchte wieder groß sein. Ich möchte groß sein wie Hulk. Ich will Hulk sein. Ja. Mehr Sicherheit im Leben. Weniger... Wo bin ich denn? Da. Weniger Sicherheit im Leben. Oh. Wir sind schon mal... Weit. Zahl ist gerade eben. Ich probier jetzt einfach nur durch zu run. Ich hab jetzt gar kein Zeitgefühl... Oh nein. Ich hab gar kein... Ah. Wir sind jetzt bei Welt 4. Ich hab gar kein Zeitgefühl mehr, weil ich jetzt halt so viel... Ähm. Wenig auf... Also so viel so aufgenommen. Also. Versteht schon. Deswegen. Ich hab komischerweise sieben Leben. Ich weiß nicht warum. Das war einfach so. Ich dachte mir. Okay. Gott. Wenn du das so willst, dann ist das so. Jetzt kommt natürlich die Dinger, die ich noch mehr hasse als mein Leben. Aber wir haben ja 6 Leben. Deswegen geht das eigentlich relativ gut. Ähm. So. Jetzt. Ha. Oh. Nein. Leute. Manchmal denke ich mir einfach nur, warum. Warum. Okay. Komm. Jetzt hab ich's aber... Jetzt scheiß ich da oben drauf. Oh nee. Oh ja. Ich warte noch, bis vorbei ist. Dann hol ich mir's doch. Nee. Nochmal. Oh. Einfach so schnell. Jetzt. 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 Verdammt. Ja. Ich würd sagen, ich bin der Beste. Von überall. Jetzt scheiße ich echt auf das Item da oben drin. Guck. Dann schaff ich das. Dann schaff ich das. Oh. Loch. Easy. Mit dem Strahlen immer gehen. Oh nee. Ähm. Ich muss, ich muss genau jetzt. Nee. Hä? Ich versteh das nicht. Achso. Doch, klar. Ich muss jetzt los. Ja, 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 ja. So geil. So, so geil. Oh nee. Oh nee. Das wird jetzt wieder so eine ganz knappe. Oh. Ich hab immer zu viel Angst. Ah. Da hätte ich grad losrennen müssen. Ich muss genau jetzt. Natürlich rennt der dann einfach nicht. Dieser Schlingel. Nein. Im letzten Pixel hat er mich noch getroffen. Aber wenn die drei Leben weg sind, würde ich sagen, beende ich das Video auch schon. Weil diese drei Leben, das ist jetzt einfach alles, was ich noch... Ich probier ja nicht schlecht zu sein. Ich probier ja immer was Gutes zu bringen. Aber Retro Games, dafür bin ich einfach nicht mehr gemacht. Dafür bin ich zu jung. Das ist einfach... Da hab ich was im Leben verpasst. Ja, ja. Obwohl ich auch noch mit Mario... Das mache ich wieder, bin ich sogar noch aufgewachsen. So ziemlich. Also das hatte ich auf jeden Fall zu Hause. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Kann... Kann auch drüber springen, fällt mir grad auf. Noch ein Leben. Komm, Leute, jetzt schau ich einfach noch die Welt durch. Ah ja, so geil. Guck, guck, guck. Meine Moos. Meine Moos like Jagger. Und... Stop and... Stop and go. Stop and go. Stop and go. Stop and... Bin einfach zu schlecht in Sachen Timing. Nein! Okay, das war's jetzt. Ich hab nämlich keine Lust, nochmal bis zur Welt 4 vorzuspielen. Das ist mir einfach zu viel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und... Lasst doch eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat, wie sehr ich gestorben bin. Das hat keinen Sinn gemacht. Aber macht es. Wir sehen uns beim nächsten Video morgen. Oder beim nächsten Retro. Dienstag nächste Woche. Mal schauen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020